Willkommen zu ReBreenTowerGames, mein Name ist Gronis, ich bin heute alleine hier und wir spielen dieses Spiel, Pinball, Pro Pinball, Time Shock, heute mal in Special Edition, dass man mich auch sieht und ich fange einfach mal an hier mit Spielen, also es ist einfach ein normaler Flipper, und, ja es gibt auch sogar Regeln, ich hab's gedacht, ich wusste früher nicht, dass es Regeln gibt, da geht's schon gut los, ne? Äh, ah, ich bin da nicht so gut für die Steuerung, weil ich muss für die gerade umlegen, weil ich da war ja den, äh, den, ach ich meine, ist für dich gerade abgelenkt, irgendwas ist da gerade runtergefallen, okay, das ist peinlich, ich glaube das leid ich nicht so, aber versuchen wir's nochmal Was war das denn? War das ne Motte oder so? Ist echt, man ist da erstmal ne Motte gegengeflogen, ne riesige fette Motte So, äh, keine Ahnung was das war, ich mach nochmal neu an Hallo und herzlich willkommen zu, äh, nee, hm, hm, Frank Tausch hier, FilmkritikTV, haha, heißt es überhaupt, FilmkritikTV, keine Ahnung, herzlich willkommen zu Brugian Tower Games, und hier ist, äh, neue Special Wörche, und zwar Time Shock Pro Pinball, ein cooles Pinball Spiel, jetzt haben wir schon die Zeitmaschine ein bisschen aufgeladen, Meine Aufgabe ist jetzt hier, äh, so Splitter zu sammeln, und, ja, das ist aber ziemlich schwer, also ich hab bis jetzt immer nur einen geschafft, man muss eigentlich vier oder fünf, oder so, schaffen So, ist mich auch gerade ziemlich schlecht, natürlich der Vorführeffekt, so, jetzt aber, schade Das war natürlich jetzt wieder ganz toll, äh, so, und dann, äh, so, jetzt ist da nämlich Videomode, äh, geleuchtet, wenn ich da jetzt reinkomme, kommt der Videomode Und, nein, gleich kommt er aber Es ist der Vorführeffekt, normalerweise treffe ich da sofort rein Das ist der Vorführeffekt, aber dann vorbei Scooby, was machst du da? Also, irgendwas ist hier nicht normal Das war ja ganz toll Alter, was ist hier Hallo? Hallo? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hallo? Hallo? Psst! Ach! Hier ist irgendwas! Ach, die Geräusche! Und? Nein! Alter Scheiße, was ist hier los? Ich hab's alles hier gefilmt, ich hab's alles gefilmt. Alter, ich bin hier alleine zuhause. Wenn das hier irgendjemand findet... Guck mal, das ist weiter. Schau. 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 Schulated. Schaled. Vielleicht ist das zu nahe, sicherer. Alter. Vielleicht ist das hier doch ausgepasst. Alter. 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 Was ist denn der Mann ist tot? Komm wir machen Pinball-Bestay. Ja, super. Time-Schock. Ja, mein ich ja. Ja, mein ich ja.